Die Furiosi macht schon seit einigen Jahren Aktionen zur Wohnungsnot und gegen Gentrifizierung. Dabei haben wir Tänke-Bänke ausgestellt, eine große Retail-Your-City-Tanksthema organisiert, beim Richtsatzverfügung demonstriert und vieles mehr. Dass hier in Düsseldorf einiges schief läuft, wurde ja schon oft gesagt. Die Stadtspitze macht den Gestalt als Marke. Das ist ein Unternehmen, das das Zoll mit der Brausgewinn abwerfen muss. Im Kampf um die sterbsten Investoren und die finanzfrechtigsten Bewohnerinnen verlieren diejenigen, die sich ein Dienst nicht leisten können oder wollen. Denn im Kapitalismus wird auch die Stadt zur Ware. Alles verkauft zur reinen Eventkultur, die sich nur noch an der Vermarktung orientiert. So werden beispielsweise 150.000 Euro für ein neues Stadtlogo rausgeworfen, das ein lächelndes Düsseldorf symbolisieren soll. Dabei ist vielen Menschen hier gar nicht mehr zum Lächeln zugute. Wir in den vorherigen Ebenen genannten Zahlen zeigen, warum wir das Seh lieber umdrehen. Die Entwicklung in Düsseldorf ist kein Zufall, sondern gewollte Politik. Um die Stadt attraktiv zu machen, sollen schicke, teure Wohnungen her. Düsseldorf soll ein teurer Wirtschaftsstaatort sein. Nicht eine Stadt, in der wir alle leben können und auch wollen. Mittlerweile können sich allerdings auch CDU und FDP dem Thema steigende Mieten und Wohnungsnot nicht mehr entziehen. Zu oft rechtlich sind die zunehmenden dramatischen Zahlen hier. Die versuchen, dass der zunehmende Unbetriebenheit mit berücksichtigen Veränderungen in der Wohnungspolitik, die allerdings nicht ganz billig verpflichtet sind, entgegenzuwirken. Man merkt, dass der Kommunalwahlkampf lange gewonnen hat. Wer dabei jedoch auf Rot-Grün sitzt, macht den Wort zum Gärtner. Als die noch in Düsseldorf regierten, wurde es für eine etwas sozial abgefehlerte Politik betrieben, die jedoch auch nicht grundsätzlich anders war. Unwahrscheinlich, dass sich so etwas in Zukunft ändert. Dafür steht auch Oberbild, durch das wir gerade ziehen. Schon zu Zeiten von SPD und Grünen sollte Oberbild aufgewertet werden und die Menschen verdrängt werden. Oberbild ist ein altes Arbeiterviertel. Hier standen große Stahl- und Industriewerke, die längst Geschichte sind. Hier siedelten sich aber auch die Arbeiterinnen und deren Familien an. Später abzogen diejenigen, die es sich leisten konnten, in andere Stadtviertel. In die häufig heruntergekommenen Wohnhäuser zogen Migrantinnen, die neben der Altbevölkerung bis heute den Stadtteil prägen. Erst mit dem architektonischen und stadtgestalterischen Desaster des Bertha von Suttnerplatzes und der Öffnung des Hauptbahnhofes Richtung Oberbeck in den 80er Jahren wurde der Stadtteil an die Innenstadt angegliedert. Damit verbunden war der gezielte Wunsch von Politik und Wirtschaft, den Stadtteil zu verändern und aufzuwerten, um ihn marktkonform zu machen. Als Anfang der 90er Jahre bekannt wurde, dass ein riesiges internationales Handelszentrum, das sogenannte IHZ, am Oberbeckermarkt gebaut werden sollte, erkannten nicht nur viele Linke, dass es um viel mehr geht als um ein paar Bürogebäude. An die Initiative ging das IHZ, machte auf die Pläne aufmerksam und startete vielfältige Aktionen. Bis zum Bau des IHZ war vorne am Oberbeckermarkt jahrelang das schwul-lesbische Kulturzentrum Rosamont. Der Abbrich konnte trotz Protesten nicht verhindert werden, aber das IHZ wurde wesentlich kleiner als geplant. Bis heute wirkt es wie ein Fremdkörper in Oberbeck. Mit dem Bau des Gerichtsgebäudes steht nun faktisch eine gigantische Wand Oberbeck gegenüber. Nun, mit 20 Jahren Verzögerung, ist ein massiver Angriff auf den Stadtteil zu beobachten. Auch wenn sich im Straßenbild noch nicht allzu viel verändert hat, brodelt es hinter den Kulissen. Immobilieninvestoren fallen schon jetzt massiv in den Stadtteil ein und nötigen die meist in die Jahre gekommenen privaten Hausbesitzer regelrecht zum Verkauf. Oberbeck, das neue Oberkassel, war der Titel einer kürzlich stattgefundenen Infoveranstaltung für Immobilienspekulanten. Das lässt Schlechtes für die Zukunft vermuten. Mit Gericht, IHZ und den geplanten Neubauten an der Kölner Straße wächst der Druck auf Oberbeck und die Menschen. Hier werden massive Spekulationsgewinne erwartet. Das geht natürlich nur auf Kosten der Menschen, die momentan hier leben. Ein neues Oberkassel baut man eben nicht neben drei Gemüseläden, diversen Himbissbuden, Hütchen mit Menschen, die davor sitzen und auch Skater am IHZ werden nicht mehr willkommen sein. Eine solche Aufwertung eines Stadtteils ist ein Prozess, der immer verbunden ist mit Vertreibung und Verdrängung. Wir sagen, es ist Zeit zu handeln für eine lebenswerte Stadt für alle. Für eine Stadt, die allen gehört und in der die Menschen, die dort leben, selbstbestimmt die Planung übernehmen. Kapitalismus abschaffen! Kapitalismus abschaffen! Kapitalismus abschaffen!